Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Ja, ich spiel diesmal mit Claudette. Oder Claudette. Und wir starten hier alle zusammen. Und wir mit Krankenschwester. Das ist nicht gut. Ähm. Wo ist sie? Meint ihr, die sieht mich? Scheiße. Nein, die hat voll den Krach gemacht. Fuck, okay, jetzt hat sie uns gesehen. Scheiße, nein. Hey, was ist das? Ich lauf so komisch. Ich lauf seitwärts irgendwie. Leute. Okay, jetzt wieder nochmal. Verpiss dich. Ich mag die gar nicht, ne? Ich geb einfach alles um. Ja, hat jetzt wenig gebracht, aber. Das bringt auch wenig. Was mach ich da eigentlich? Ich verschwende die alle voll. Ach, Leute. Ich hab die Krankenschwester einfach so selten. Oh, wie sinnlos, dass sie jetzt wieder war. Hört die uns. Ich glaub, die hat uns verloren. Oh, die sucht uns grad. Fällt hier so, äh, läuft hier rum. Oh, oh, sie kommt. Oh, ab, du! Oh, scheiße, Mann. Naja, egal. Ähm, was ich sagen wollte. Headbill-Dealert hat zurzeit irgendeinen dummen Bug. Und zwar immer, wenn ich eine Labi beitrete, bleibt das Spiel hängen. Dann kommt da so ein schwarzer Bildschirm und das Spiel bleibt einfach hängen. Ist jetzt nicht so geil. Da muss ich nämlich alles nochmal neu starten. Das war jetzt fünfmal so. Alter, ist die große dich. Die sucht mich, oder was? Hä, was macht die? Findet die mich nicht mehr? Oh, nein, die hat mich gesehen. Oder? Weil die sucht ja andere Leute. Das kann auch sein. Ja, okay, sie hat mich. Ich hoffe, das ist keine Camperin. Vergesst dich auch mal zu regeln. Ich vergesst es aber wirklich immer. Oh, nein. Also, ich mach keinen Fluchtversuch. Ich warte erst mal lieber. Wenn eine Camperin ist, ne? Ich klatsch die weg. Hör mal. Wo ist die denn jetzt? Ja, okay, gut. Schnell weg. Wo gehen wir hin? Okay, einfach weg. Nein. Scheiße. Die Mott muss mich heilen. Sonst werde ich sterben. Oh, nein. Die Vögel. Die kommt. Die hört uns, ne? What the fuck? What the fuck? What the fuck, Leute? Meint, ihr habt mich gesehen? Oh, wir sind so laut. Ja, die haben es auf jeden Fall gesehen. Oder? Spätestens jetzt durch die Vögel. Mein Gott, sind wir laut. Heil mich. Boah, endlich. Boah, wenn die jetzt kommt, ne? Leute. Das geht doch gar nicht klar. Ah, okay, danke. Versuchen wir mal, um mitzuhelfen. So, schnell weg. Jetzt kommt die Alte wieder. Oh, die macht er aber leise, ne? Alter Schwede. Wenn ich kein Herzklopfen habe, gehe ich wieder weg. Was macht der da? Warum legt der da ne Lampe hin? Achso. Die soll ich nehmen, oder wie? Ja, geh weg. Die kommt. Nimm, da ist ne Lampe. Ich kann das eh nicht. Ich hoffe, die sieht das nicht, dass man im Schrank ist. Die kommt, die kommt, die kommt. Geht weg. Aber die hört das ja auch, ne? Mit dem Heilen und so. Ach, scheiße. Ich geh einfach mal mit, weil alleine hab ich jetzt nicht so Lust drauf. Die ist schon ein bisschen creepy. Alter, wie laut. Leute, die ist so laut. Komm schon, ein Generator, das schaffen wir doch. Nein. Hat die mich gesehen? Nein, die hat mich nicht gesehen. Die hat den aber gesehen. Ist der Generator da an? Ja, ne? Wenn Licht an ist. Okay, der ist angehettet. Nein. Verschwinde. Oh mein Gott, oh mein Gott, die darf mich nicht sehen. Okay, ist hier der Keller. Ich seh das nicht. Wär ziemlich doof. Nein. Ach, ich dachte jetzt schon. Macht sie jetzt? Kämmt sie? Wo ist sie? Oh, lass dich bloß nicht erwischen. Ich hab keinen Bock da, die hier rum. Da kommt sie schon wieder. Okay, ich renne jetzt bestimmt denen hinterher. Ich hoffe, hier ist ein Generator, ne? Da drin. Das wäre sehr praktisch. Dann könnte ich jetzt direkt abhauen. Scheiße, hier ist keiner. Oh, was ein Müll. Hier. Muss ich ja nur ganz machen, ey. Kann ja lange dauern. Aber war das hier zu laut? Nicht, dass die jetzt es gehört hat. Locker hat die das gehört. Ja. Oder? Wo ist der Ausgang? Warte, wo sind die Ausgänge? Scheiße, ich hab gar nicht geguckt. Mach ich jetzt. Ich würde dem schon gerne helfen, aber da bin ich auch tot, ne? Safe. Kann die sich mal verpinkeln? Ne, das bringt nichts. Die hört mich. Ich höre ihr Herzschlag. Das ist jetzt sinnlos rauszugehen. Die wird mich direkt umbringen. Und den dann auch wieder. Das ist, ne, das... Sorry. Oh mein Gott, ich würde dem so gerne helfen. Vor allem, ich kriege auch selber dann Punkte. Ja, die ist direkt vor dem. Das hört man. Mach da leise. Wo ist sie? Ach du Scheiße. Leute. Komm, die versteckt sich da. Boah, ich muss ja jetzt schnell rausrennen. Oh mein Gott. Die sucht mich. Wo ist sie? Sollen wir lieber zum anderen Ausgang rennen? Komm, hauen wir ab. Ich hab mich die ganze Zeit versteckt. Yeah, wir sind entkommen und haben den anderen nicht gerettet. Aber wie auch, wenn die käme? Das hat man gehört. Oh Gott. Das war aufregend. Ja, also ich werde die auf jeden Fall reporten. Ich hasse Camper. Report. So. Ich reporte Camper grundsätzlich immer. Macht einfach keinen Spaß. 8000 Punkte. Wow. Ja, Leute. Es war eine nicht so lange Runde. Aber ich würde mich dann an dieser Stelle verabschieden. Nächstes Mal geht es eine längere Runde. Und ja. Ich hoffe, viel Spaß beim Zusehen gehabt. Und dann sage ich mal, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.